Wo Licht ist, ist auch Schatten. So ist es auch bei der Magie. Ich bleibe nach Möglichkeit immer auf der hellen Seite. Das war ein Zitat von Horace Slughorn. Hi, ich bin Amber. Und ich bin Antonia. Und wir sind die Schokofrösche. Und heute auf unserer Schokofroschkarte ist Horace Slughorn. Der mit vollem Namen Horace Eugene Flaccus Slughorn heißt. Und er ist am 28.04.1981 bis 1913 geboren. Man weiß es gar nicht so genau. Wobei ich mir aber immer vorstelle, dass er eher deutlich jünger ist als Albus. Also ich denke, also in meiner Vorstellung zumindest, ist er eher nach 1900 geboren, weil ich die beiden auch nicht zusammen in Hogwarts sehe. Ja, ich bin sowieso mit diesen Jahren auch bei Slughorn total durcheinander gekommen, weil der ja auch steinalt ist am Ende und kämpft dann da noch lustig in Hogwarts mit. Ja, aber ich meine, das ist eine Zeitspanne von 40 Jahren. Das sind so Sachen, die kann man sich gar nicht mehr richtig vorstellen. Das stimmt. Genau. Ja, wir kennen ihn als Slytherin, Hauslehrer, Zaubertranklehrer und Gründer des Slughclubs. Ganz genau. Und ich habe noch ein bisschen was zu seinem Namen mir überlegt. Dieser Vorname Horace fängt ja mit Hor an, also H-O-R. Dann gibt es noch Horatius oder Horatius. Das ist irgendwie so ein griechischer, römischer Gott. Ist auch egal. Dann gibt es noch Horror, das ist auch mit H-O-R und Horcrux. So, auch H-O-R. Also, und dadurch, dass Horace ja mit den Horcruxen zu tun hat, ist es so ein bisschen Foreshadowing, nur mit seinem Namen. Das stimmt. Genau. Und Slugh ist eine Schnecke. Schleimig, eklig. Ich weiß jetzt nicht, ob das immer, ob es vielleicht auch einfach zu weit hergeholt ist, jetzt zu glauben, dass er eine krasse Schnecke ist und alles immer so anschleimt und so. Das kann er schon, aber es ist jetzt für mich nicht, das ist nicht das, was ihn ausmacht, wo ich als erstes dran denke. Ja, wobei so ein bisschen das Gemüt einer Weinbergschnecke hat er. Rund und groß. Ich denke die ganze Zeit an eine Nacktschnecke. Stimmt, Weinbergschnecke kommt viel mehr hin. Ich habe an eine Nacktschnecke gedacht. Ja, oder? Ich finde, das sehe ich schon in ihm. Ja, nee. Ich bin für die Weinbergschnecke. Gut, dass wir es geklärt haben. Ja, das ist immer. Und irgendwie muss ich bei Flakus, ich weiß nicht, das ist vielleicht aber auch so ein bisschen meine Fantasie gerade immer so, das passt für mich so zu Zaubertränke. Flakon. Ja, genau. Flakon, Flakus, das ist für mich ein und dasselbe. Ja, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob das das sehr ist. Ich finde aber den Namen Horace Eugene Flakus absolut unstimmig. Und ich finde das, weiß ich nicht, was sie damit ausdrücken wollen. Horace Eugene Slakorn finde ich noch gut, aber Flakus Slakorn, das finde ich, ist ein kleiner Störenfried. Naja, Slakorn ist ein kleiner Mann, der sehr dick ist, deshalb ja auch die Weinbergschnecke. Und das macht Sinn für mich. Sein Bauch ist super rund und die Knöpfe von seiner Weste spannen schon so sehr, dass man die ganze Zeit denkt, boah, gleich explodiert das hier alles. Außerdem hat er auch keine Haare mehr auf dem Kopf und seine Glatze ist irgendwie so poliert quasi. Und dann dachte ich mir so, hä, was soll das? Seine Augen sind stachelbeerfarben. Weiß ich auch nicht, was das ist. Stachelbeeren können sehr viele Farben haben. Können die nicht eher dunkel sein und auch so grün? Ja, das stimmt. Vielleicht sind die so grün-braun. Ja, vielleicht. Naja, und er trägt einen silbernen Walrus-artigen Schnurrbart. Das finde ich so richtig unsexy. Und auch ganz anders als im Film, ne? Da haben die sich für eine andere... Ja, im Film ist es eine andere Person. Ja, genau. Slakorn hat auch ein Faible für üppige, altmodische Kleidung. Und tagsüber trägt er dann eben so Westen, das hatte ich ja schon gesagt, und mit polierten goldenen Knöpfen. Ja, so ein bisschen extravagant, ne? Genau, und zu Hause trägt er dann eher so samtige Jacken und lila und grüne Seiden-Pyjamas. Und manchmal hat er eine silberne Taschenuhr bei sich. Genau. Und früher war der gute Mal blond. Und da war auch sein Walrus-Schnurrbart nicht silber, sondern blond. Auch ein bisschen rotblond. Ja, genau, so rückstichig, ne? Genau, und er hatte so ganz strohblonde Haare und dichte, dicke Haare. Also irgendwie, weiß ich nicht, was da passiert. Zu viel Zaubertrankdämpfer abgekriegt. Ja, wahrscheinlich. Horace an sich ist auch ein Genießer. Das bemerkt man vielleicht daran, dass er auch relativ füllig ist. So gehören auch weiche Stühle und Höcker in sein Leben. Das liebt er einfach. Da kommen wir auch später nochmal zu. Er liebt erlesene Weine und auch Bücher. Also er ist sowieso ja sehr gebildet. Und Schachteln mit Süßwaren und Dingen, die er nur, sind so Dinge, die er die ganze Zeit so um sich hat. Und das macht halt so, dadurch, dass er es ja irgendwie immer bei sich hat, es ist so eine Atmosphäre, die er quasi immer überall mit hinschleppt. Ja, immer sehr gemütlich. Sein Zauberstab ist 10,25 Zoll lang, aus Zedernholz. Drachenherzfaser ist der Kern und er ist sehr flexibel. Genau, das Zedernholz bedeutet, dass die Halter dieser Zauberstäbe sehr charakterstark sind und ungewöhnlich loyal und scharfsinnig. Und die Drachenherzfaser kennen wir ja auch. Die sind in der Regel die mächtigsten Zauberstäbe und sie lernen schneller als andere, tendieren aber auch häufig zu den dunklen Künsten und sind temperamentvoll. Slughorn kann leider keinen gestaltlichen Patronus erschöpfen. Und wenn, wäre es eine Schnecke? Ja, wahrscheinlich. Oh Gott. Wenn dann die Schnecke loslaufen soll, um eine Botschaft zu verbringen. Ja, wir nehmen nicht Slughorn. Patronus, der ist immer so langsam. Ja. Oh Gott. Und hast du dir ein Irrwicht überlegt? Weil das ist natürlich jetzt auch nicht ganz klar. Finde ich auch ganz schwierig. Vielleicht so, dass, ja, das seine größte Angst ist ja, dass das mit der Erinnerung rauskommt. Aber was das wieder unmöglich würde, einen Irrwicht darzustellen einfach. Ja, dass die Welt weiß, was er getan hat. Ja, genau. Das denke ich auch. Also er hat ja schon so ein Geltungsbedürfnis und auch so ein Ansehen, dass er aufrechterhalten möchte, dass es dann, dass ihm das quasi dann abhanden kommt, dass das eine große Angst von ihm ist. Oder was er halt auch gut darstellen könnte, der Irrwicht wäre Tom Riddle in Verbindung mit den Horcruxen. Ja, genau. Irgendwie sowas. Also weil er fürchtet Riddle und, also auch als Voldemort später ja trotzdem noch. Also es ist ja jetzt nicht so, als wäre das etwas Leichtes. Und wenn er ihn nicht aus den gleichen Gründen fürchtet wie andere, ihm geht es ja eigentlich dann nur um sich selbst und diese Erinnerung. Es ist ja weniger durch das Sterben oder was weiß ich. Es geht ja immer irgendwie nur, dass die Leute nicht sein Geheimnis erfahren. Aber es muss dieses Geheimnis sein. Und in Form von Tom Riddle ist das natürlich auch gut machbar für den Irrwicht. Das stimmt. Oder ein Artikel im Tagespropheten. Oh ja. Enthüllung. Das Leben und die Lügen des Horace Slugger. Genau. Zu seiner Kindheit und seiner Familie wissen wir nicht ganz so viel. Er wird auf jeden Fall in eine wohlhabende und reinblütige Familie reingeboren. Allerdings haben seine Eltern nie so wirklich stark an die Reinblütigkeit geglaubt. Es ist aber auch nicht ganz klar, ob Slughorn selbst nicht vielleicht doch auch ein Halbblut war, weil als diese Liste aufgestellt wurde mit diesen unantastbaren 28, da war er noch nicht geboren. Das heißt, da waren die Slughorns vielleicht noch reinblütig, haben aber dann vielleicht in eine halblütige oder eine muggelabstämmige Familie reingeheiratet. Und das wissen wir also nicht. Aber er gilt ja eher als ein toleranterer Slytherin. Aber auch seine Eltern legen Horace ans Herz, sich mit den richtigen Leuten anzufreunden. Ich denke aber trotzdem, dass er in einer sehr liebenden Familie aufgewachsen ist. Und irgendwie stelle ich ihn mir auch als Einzelkind vor. Das wissen wir allerdings auch nicht so genau. Hätte ich jetzt aber auch gesagt. Er spricht ja auch nicht über Geschwister oder so. Selbst wenn man sie nicht kennenlernt von Dumbledore, wissen wir ja auch von seinen Geschwistern. Ja, und ich denke irgendwie, dass in der Familie diese Anerkennung schon immer sehr wichtig war. Und man selbst hielt sich irgendwie im Hintergrund. Aber das, was andere erreicht haben, wurde wahrscheinlich immer hoch angesehen. Also man hat immer andere dafür bewundert, was sie Tolles geleistet haben wahrscheinlich. Und vielleicht kommt daher seine Vorliebe für bekannte Persönlichkeiten. Ja, vielleicht hat er auch die Familie an sich schon so eine Art Geltungsbedürfnis. Vielleicht waren die so ein bisschen wie die Malfoys. Ich habe auch immer mal wieder, fand ich das so, ich viel an Lucius gedacht habe, der ja dann auch immer irgendwo seine Finger mit im Spiel hat. So ist es ja durch, bei Slughorn auch nur. Ich finde, dass Slughorn das ein bisschen cleverer gelöst hat. Ja. Vielleicht war es einfach in der Familie ganz normal. Für ihn ist es ja auch total normal. Also, genau. Ja, und ansonsten wissen wir nicht, ob er verheiratet war. Kann ich mir aber irgendwie auch nicht so richtig vorstellen bei ihm. Ich mir auch nicht. Habe ich ihm ja auch eigentlich gar keine Gedanken zugemacht, weil es für mich klar war, der Mann ist Single bis ans Ende seines Lebens. So ein ewiger Junggesell. Ja, genau. Aber er hat ja seine ganzen berühmten Freunde. Ja, genau. Ich denke, dass das für ihn auch einfach die Erfüllung ist und dass er gar nicht so viel mehr anderes braucht. Ja. Horace kommt dann ja auch nach Hogwarts und er wird ein Slytherin. Und ich finde, das passt perfekt. Kein anderes Haus würde mehr passen als Slytherin. Allerdings muss man dazu sagen, dass Horace wahrscheinlich ein bisschen andere Pläne als seine Eltern hatte. Denn er schloss ziemlich schnell Freundschaft mit Muggelgeborenen und Halbblütern. Und das hatten sie ja eigentlich nicht für ihn vorgesehen. Aber irgendwie hat er auch schon zu Schulzeiten irgendwie kein Problem damit gehabt. Also für ihn hat das keine Rolle gespielt, wer wer ist. Weil er sich gern eher nur mit den Talentierten umgeben hat, auch schon zu Schulzeiten. Also das ist irgendwie so sein... Zieht sich so durch, ne? Genau, so sein Ding. Ich finde es eigentlich ganz schön, weil es ist so das beste Beispiel, nicht alle Slytherins sind von Grund auf böse. Genau. Ich meine, klar, er ist ehrgeizig und er sucht sich loyale Freunde. Ist ja auch kein Thema. Er ist ja auch in irgendeiner Art und Weise gerissen, weil er ja auch weiß, wie er sich an die Beliebten und Talentierten halt ranschmeißt sozusagen und seinen Nutzen daraus zieht. Aber er strebt ja nie selbst nach einem Erfolg und nach der Macht, sondern er will viel lieber anderen dazu verhelfen, um sich daraus eben seinen Vorteil zu ziehen. Genau. Wir wissen ja später auch, wie das mit Slakorn weitergeht. Er ist halt eben kein Todesser. Er hat auch nie an so eine dunkle Seite geglaubt. Und das finde ich halt ganz schön, dass wir hier endlich mal auch ein Beispiel haben für einen Slytherin, der jetzt nicht böse ist. Sehe ich auch so. Aber zum Beispiel schon zu Schulzeiten fand Horace es sehr wichtig, sich mit Berühmtheiten zu schmücken, die man eben kennt. Zum Beispiel den Zaubereiminister zu der Zeit, den hat er immer beim Vornamen genannt, um den Anschein zu wecken. Er hatte eine sehr enge Beziehung zu ihm, also auch, weiß ich nicht. So ein kleiner Angeber irgendwie. Genau. Auch so ein sehr starkes Geltungsbedürfnis. Also er wollte dann schon so, hört her, ich weiß das. So ein bisschen wichtig, tourisch auch irgendwie. Und vielleicht, das hatten wir jetzt schon ein paar Mal von diesen sehr alten und reichen Familien, dass da die Erwartungen, auch wenn sie jetzt eine schöne Kindheit ist, die Erwartungen an das Kind doch relativ hoch sind, gerade was Schulleistung angeht. Auch um die Zeit rum. Genau. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die da rumchillen konnten. Und dann ist es vielleicht einfach, um sich noch ein bisschen wichtiger und interessanter zu machen. Aber ich glaube auch, dass er sich ganz gut verkaufen kann. Also gerade so in so Prüfungen oder vor den Lehrern, glaube ich, macht er immer eine ganz gute Figur. Ja, das glaube ich auch. Ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, ich meine, wir wissen es nicht, dass er so Vertrauensschüler geworden ist oder so, weil er einfach so einen vernünftigen Anschein macht. Ja, genau. Da wir ja nicht genau wissen, wann er nach Hogwarts kam, weil wir ja nicht wissen, wann er geboren ist genau, wissen wir natürlich auch noch nicht so ganz genau, wann er mit Hogwarts fertig war. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er ziemlich schnell nach seinem Abschluss wieder zurück nach Hogwarts kam und zwar als Lehrer, weil er in Hogwarts natürlich die besten Chancen hatte, aufstrebende Schüler kennenzulernen und sie unter seine Fittiche zu nehmen, um später ihre Bekanntheit auszunutzen. Weil er hätte ja auch im Ministerium arbeiten können, aber er hat es vorgezogen, eher im Hintergrund zu agieren und so eben die Privilegien zu nutzen, wenn man berühmte und erfolgreiche Freunde und Bekannte hat. Deswegen wird er Zaubertranklehrer, wahrscheinlich ungefähr zur selben Zeit, wie Dumbledore auch an Hogwarts startet. So, ich würde sagen, plus minus zehn Jahre. Genau, also dieses ungefähr ist mein Problem. Es gibt nämlich Quellen, in denen steht, dass sie im selben Jahr angefangen haben. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Und ich finde, selbst wenn es 20 Jahre Unterschied sind, ist das immer noch schwierig. Dann ist Horrors trotzdem uralt geworden am Ende. Ja, wie gesagt, Zauberer können bis zu 100 Jahre alt werden. 150, ich dachte 120 oder so, 100 auf jeden Fall. Also das ist so relativ normal. Ich finde es auch schwierig, also diese Zeitvorstellung finde ich auch unglaublich schwierig. Deswegen halten wir es bei diesem ungefähr. Ja, genau. Und ich würde eher sagen, es war nach Dumbledore. Aber es bleibt natürlich eine Vermutung. Ich würde das auch sagen, ja. Ja, er war anscheinend in Hogwarts ziemlich beliebt als Lehrer, vor allem natürlich bei denen, bei den Schülern, die er auch bevorzugte, weil sogar Lucius Malfoy erkennt ja auch an, dass er ein guter Zauberer ist. Und wir wissen auch, dass irgendwann in dieser Zeit nimmt er zum ersten Mal Felix Felicis. Denn wir wissen, er hat es nur zweimal in seinem Leben genommen, sagt er zumindest. Und zwar einmal mit 24, das muss ja ungefähr die Zeit gewesen sein, als er in Hogwarts frisch war. Gestartet hat, ja, genau. Genau. Und dann einmal nochmal mit 57, ein bisschen später. Und damit hat er quasi zwei perfekte Tage erlebt. Wir wissen leider nicht, warum er Felix Felicis so früh genommen hat mit 24. Ich könnte mir persönlich vorstellen, es war vielleicht das erste Mal, dass ihm dieser Trank gelungen ist und er wollte es mal ausprobieren. Er ist ja nicht nur Lehrer, sondern er ist ja auch einfach ein Meister in Zaubertränke, der ja vielleicht selber auch gerne mal rumexperimentiert und Dinge ausprobiert hat. Ich finde es auch okay. Eben. Ich finde, dann hast du es dir auch verdient. Wenn du es dir selber zusammenbrauen kannst, ich meine, das ist ein unglaublich schwieriger Trank, dann kannst du das auch einfach mal nutzen. Finde ich auch. Und ich glaube, ich könnte mir bei ihm tatsächlich vorstellen, dass er das einfach gemacht hat, ausprobiert hat. Vielleicht hat er dann mal wichtige Leute getroffen oder sowas, bewusst. Aber ich glaube nicht, dass er das so auf eine Art und Weise ausgenutzt hat, wie Harry das zum Beispiel macht, mit einem gewissen Ziel dahinter. Ja, genau. Das glaube ich auch. Deswegen finde ich es von seiner Intention her vollkommen okay. Ich denke auch, weißt du, wenn du die Macht hast, solche Sachen zu erschaffen, dann mach es doch einfach. Aber vermutlich ist es bei so ganz, also es ist ja das Problem immer, also es gibt ein Limit bei diesen Dingen, die so sehr gut sind, wie zum Beispiel Felix Feliz ist. Und er ist natürlich so vernünftig, dass er das jetzt auch nicht daily nehmen würde, weil das wäre für ihn wahrscheinlich auch einfach ungerecht. Er ist da zu korrekt, denke ich. Ja, aber irgendwann, ich denke, dass das Blatt sich irgendwann wendet. Es kann nicht immer nur gut laufen, weil sonst, Slughorn ist ja nicht der Einzige, der eine wunderbare Zaubertränke erschaffen kann. Deshalb glaube ich, dass es einfach irgendwann eine Kehrtwende macht und es einfach ins Negative rutscht. Und deshalb ist es halt auch riskant, mit solchen Dingen zu arbeiten. Das stimmt. Ja, wir wissen, dass er irgendwann auch Hauslehrer von Slytherin wird und er gründet den Slug Club. Ja, genau. Und in dem Slug Club versammelt er talentierte Schüler um sich, weil er ja sicher erhofft, davon später profitieren zu können. Das hatten wir ja schon gesagt. Und durch diesen Club fällt es ihm natürlich auch leichter, Verbindungen zu pflegen. Und so kann er das alles quasi auf einem Haufen machen und macht da ja auch die Feste und Veranstaltungen und hält seine Schützlinge quasi auch so ein bisschen bei Laune. Bei dem Slug Club selber kommt es aber gar nicht darauf an, aus welchem Haus die Schüler kommen oder welche Herkunft sie haben. Also welchen Blutstatus, in Anführungszeichen, sie haben. Es kommt ein bisschen schon darauf an, ob sie einflussreiche Eltern haben. Aber es geht am Ende ja doch dann um den Schüler. Es ist ein bisschen schwierig, weil Slughorn ja trotzdem immer versucht, den Vorteil aus diesen Schülern herauszuziehen für sich persönlich. Ich könnte mir vorstellen, wenn jemand ein sehr tolles Talent hat, wie jetzt Dean Thomas zum Beispiel mit seiner Zeichnerei, das ist absolut nicht hilfreich für Slughorn. Also ist dieses Talent absolut raus und Dean kein Anwärter für den Slug Club. Also es geht wirklich nur um Talente, die Slughorn auch nachhaltig etwas bringen könnten. Genau, es ist so ein bisschen so eine Win-Win-Situation für ihn. Er, zum Beispiel, wenn er jetzt zum Beispiel sieht, oh, der ist besonders ehrgeizig, besonders schlau oder talentiert in irgendeinem Bereich, dann fördert er seine Karriere und organisiert ihm durch seine vorherigen Connections zum Beispiel einen Job im Ministerium. Und aus diesem Job, dadurch, dass er den vermittelt hat, bekommt er dann wieder Vorteile. Und deswegen halt eine Win-Win, weil er letztendlich dann auch wieder was davon hat. Genau. Also der Slug Club an sich hat eben Vor- und Nachteile für die Schüler. Vorteile sind natürlich klar die Bevorzugung und die extra Aufmerksamkeit. Das führt ja meistens, dann zieht ja einen Rattenschwanz hinter sich her. Ja, wenn sie da extra Aufmerksamkeit bekommen, sind sie dann auch extra gut. Bestimmt. Ich denke, dass die Feste und das, was er organisiert, auch Spaß macht. Das ist ja bestimmt auch lustig, vor allem, wenn man sich darauf einlässt und nicht so miese Petrich dahin geht wie Hermine zum Beispiel. Ja. Und dann denke ich, ist das auch spaßig. Ja, vor allem, weil du gute Connections auch knüpfen kannst. Ich meine jetzt für einen Drittklässler ist das vielleicht noch nicht so spannend, aber gerade für sechs, sieben Klässler, die vielleicht schon ehrgeizig sind und wissen, was sie später machen wollen, die können sich hier voll gut mit Leuten connecten, die vielleicht in eine ähnliche Richtung gehen wollen oder mit denen man zusammenarbeiten könnte oder so. Also dafür ist das schon wirklich echt gut. Und diese Slugclubs macht er ja auch für Ehemalige. Also das ist jetzt nicht nur zu Schulzeiten, sondern das macht er eben auch für die, die schon fertig sind und pflegt quasi deren Verbindung auch immer weiter, weil er einmal im Jahr einfach so ein großes Fest für alle macht. Und das ist, so bist du eigentlich permanent, wenn du im Slugclub bist, einfach in so einer Verbindung drin, so einer elitären, würde ich jetzt schon fast sagen. Das ist fast wie so eine Studentenverbindung, ne? Genau. Also das ist sehr verrückt, was er sich da aufgebaut hat. Das stimmt. Und es gibt natürlich auch Nachteile des Slugclubs. Ganz klar sind sicherlich auch Verpflichtungen, die du da einhergehst. Ich denke, das ist aber der größte Nachteil, die Leute haben, die nicht in seinem Club sind, weil er ja dann schon einfach die Leute einfach ignoriert. Die sind für ihn nicht wichtig. Er ist zwar freundlich, weil er ja überhaupt ein sehr freundliches Wesen hat. Das mögen ihn ja eigentlich auch alle. Aber alle anderen bleiben eigentlich auf der Strecke. Wenn sie sich nicht selbst um sich kümmern, dann ist es vorbei. Das ist halt ein bisschen schade, weil er ja eigentlich schon pädagogisch wertvollen Unterricht macht und weiß, wie er die Schüler anpacken muss, damit sie zum Erfolg kommen. Er kann sie ja anscheinend auch über deren Limits hinaus pushen. Irgendwie ist er ja da ganz gut. Er hat ein Händchen dafür. Deshalb denke ich, dass eben auch Schüler von ihm profitieren könnten, die eben außerhalb seiner Lieblinge ihren Raum haben. Aber das interessiert ihn halt einfach wirklich nicht. Und so nennt er zum Beispiel Ron Rupert oder Ralph oder so, weil es ihm einfach egal ist. Ja, er hat keine Anerkennung für diese Schüler. Und ich finde auch, es ist immer ein bisschen schade, weil er ja so eine Unterteilung in den Schülern angeht. Also wie so eine Klassengesellschaft. Und ich glaube nicht, dass er das absichtlich macht, weil du ja schon gesagt hast, er ist eigentlich ein sehr netter Mensch. Aber es macht natürlich schon einen schlechten Eindruck, gerade für Ron oder auch seinen Vater. Arthur Weasley ist ja auch so einer, der komplett ignoriert wurde von Slughorn. Und für diese Schüler ist das natürlich ja überhaupt keine Wertschätzung. Die fühlen sich natürlich schlechter als die, die im Slug Club sind. Und dadurch entsteht halt so ein ganz bödes System von Hierarchien in der Schule. Ist ja nicht so, als wäre sowieso schon so viel Wettkampf zwischen den Häusern. Dann ist nochmal ein Club mehr, wo man irgendwie Neid aufeinander hat. Ich finde es unglücklich, weil er ja irgendwie wirklich nur seinen eigenen Vorteil da im Sinn hat. Und eben nicht über die nachdenkt, die unter seinem Radar liegen. Und deswegen ist er ja wahrscheinlich auch in Slytherin geworden. Weil er eben nicht diese Freundlichkeit von Hufflepuff hat und dieses Gerechtigkeitssystem und so alles. Sondern er hat da einfach wirklich nur sich selbst im Kopf. Genau. Und das zeichnet eben dieses Slytherin-Dasein aus. Und ich finde es halt insofern auch blöd, als dass die Schüler gerade in den oberen Klassen, also sechstes, siebtes Schuljahr, die ja dann vielleicht wirklich nochmal so einen extra Push bräuchten. Weil sie eben, auch wenn sie nicht zum Slug Club gehören, eine berufliche Laufbahn anstreben, die sie vielleicht nur mit guten Noten in Zaubertränken zum Beispiel hinkriegen. So, aber dadurch, dass sie ja nicht diese Aufmerksamkeit bekommen und auch nicht diese Vorteile des Slug Clubs erfahren, haben die wahrscheinlich die schwerste Zeit ihres Lebens, weil er das ja gar nicht so anerkennt. Also wie gibt er Noten bei denen, wo er sich nicht mehr den Namen merken kann? Ja, das stimmt. Also da wird er ja nicht mit ohne Gleichen daherkommen. Ja, es ist schon nicht so gerecht. Und ich finde es auch verrückt, weil er eigentlich Harry gegenüber behauptet, er hätte keine Lieblingsschüler. Aber das ist ja eigentlich genau das, die Schüler im Slug Club, die ihm da so ins Auge fallen, das sind ganz klar seine Lieblingsschüler. Genau. Und da finde ich, ist er ein bisschen unaufrichtig. Denkst du nicht, dass Lehrer das voll häufig sagen, dass sie keinen haben, aber insgeheim hast du immer irgendwen, den du favorisierst? Ja, als Lehrer hat man immer einen Lieblingsschüler, aber du zeigst das ja normalerweise nicht so offen. Also wenn du eine AG oder sowas gründest, dann ist das ja nicht nach den Leuten, die du toll findest, sondern anders ausgewählt. Und wenn du es schon so öffentlich machst, dann kannst du danach nicht leugnen, dass du keine Lieblingsschüler hast. Das ist wahr. Aber er unterrichtet ja einige, die wir kennen, beziehungsweise er unterrichtet sie nicht nur, sondern sie waren natürlich auch in seinem Slug Club, unter anderem Lucius Malfoy, die Lestranges, Gwynnock Jones, also die Kapitänin der Hollyhead Harpies, Severus Snape, auch Lily Evans, Harrys Mutter. Und interessanterweise war sie nicht in seinem Slug Club, nämlich Umbridge fand er immer total unsympathisch und die mochte er gar nicht. Er hat sie idiotische Frau genannt. Ja, das finde ich total gut. Das finde ich auch richtig gut. Wobei nämlich auch Umbridge, nämlich auch in Slytherin war. Also er hat da wirklich nicht die Vorzüge genommen, nur weil sie in seinem Haus waren. Das war ihm da wirklich echt egal. Das finde ich auch sehr sympathisch eigentlich. Es gibt noch ein paar Schüler, die ihm nach wie vor Dinge zukommen lassen. Zum Beispiel wissen wir das von Ambrosius Flamé. Der arbeitet im Honigtopf oder ist der Inhaber vom Honigtopf und schickt dann ständig Geschenkkörbe. Dirk Cresswell, den treffen wir ja später mit Dean nochmal. Der arbeitet im Kobold-Verbindungsbüro. Und so bekommt Slughorn die coolen Infos von Gringrods einfach zugespielt. Das ist ja ziemlich praktisch. Und er ist muggelstämmig. Barnabas Cuffe ist der Chefredakteur vom Tagespropheten. Wie gut ist, den zu kennen? Also der Fatsch würde Augen machen. Und genau, Gwennock Jones, hast du ja schon gesagt, die schickt ihm ja dann immer, und jetzt kommt es, schickt ihm immer Freikarten für die Spiele. Und ich habe mir notiert, Horny Harpies. Da bin ich, glaube ich, ich habe Horny wirklich so geschrieben, weil ich dachte, gehören mit Stachel. Ja, aber ich meine, er ist im Hintern. Ja, keine Ahnung. Nein, die heißen Hollyhead. Ja, ist mir dann auch beim zweiten Mal drüber leben, ist es mir dann auch aufgefallen. Aber er bekommt Freikarten dafür. Ist auch praktisch, wenn er Bock auf Sport hat. Allgemein kennt er ja total viele Schüler, die hochrangige Beamtenposten bekleiden. Und sei es Sport, Journalismus, Ministerium, Gringotts, alles dabei. Ja, da hat er echt ein ganz gutes Auge für auf jeden Fall. Ja, ich habe das so ein bisschen betitelt als so ein Sicherheitsnetz quasi. Wenn die eine Quelle nicht mehr funktioniert, dann hat er eine nächste. Wenn das nicht funktioniert, dann weiß er, wo er sich melden kann. Also er hat quasi für alle Eventualitäten immer so ein kleines Sicherheitsnetz gespannt. Also ich habe immer das Gefühl, er versucht auch Leute zu, einfach so aus Sicherheit zu wissen, dass er die kennt, dass er im Zweifel sich auf die beziehen könnte. Ja, wobei das ja nicht so wirklich gut funktioniert. Ja, ich meine, das ist so lange nützlich, bis die Welt in Ordnung ist. Und sobald es für Slughorn anfängt zu bröckeln, merkt er eben, dass er sich auf seine Connections überhaupt nicht verlassen kann. Das hat er sich wahrscheinlich auch anders vorgestellt und eben gehofft, er hätte da ein bisschen mehr Unterstützung, die er ja leider überhaupt nicht bekommt später. Und wir haben ja jetzt noch einen ganz wichtigen, ein ganz wichtiges Mitglied vom Slug Club noch gar nicht genannt, nämlich Tom Riddle, der ja selbstverständlich auch dazu gehörte. Yes. Den trifft Slughorn so um 1940 rum, nämlich als Tom Riddle nach Hogwarts kommt. Und der gehört natürlich auch super schnell zu Slughorns Lieblingen, weil erstens Tom Riddle ja sowieso sehr beliebt bei den Lehrern war, weil er sie einfach so gut um den Finger wickeln konnte. Und weil er auch super schlau war. Genau, und weil Tom Riddle natürlich auch wusste, wie er Slughorn manipuliert und ihn umschmeichelt, zum Beispiel mit seiner Lieblingssüßigkeit, nämlich kandierte Ananas. Und das finde ich ja eigentlich immer ganz witzig, wenn man Menschen mit Essen catchen kann. Also ich glaube, mich kann man auch ganz gut mit Schokolade bestechen. Da kann ich noch Slughorn so ein bisschen verstehen, dass er sich da so hinreißen lässt. Weißt du, wie ich dich bestechen würde immer wieder? Mit Pfannkuchen, mit Nu und Banane. Da kann ich mich halt reinlegen. Das ist einfach so eine gute Kombination. Verstehe ich. Ich esse es auch gerne. Ja, das Problem ist ja, dass Dumbledore versucht, Slughorn zu warnen, dass Tom ihn eben nur benutzt, aber Slughorn denkt, dass er Tom unter Kontrolle hat und Dumbledore unfair ihm gegenüber ist. Ja, und so kommt es dann 1943 zu dem berühmten Abendessen in seinem Büro, bei dem die Gruppe des Slughclubs eingeladen war, darunter eben auch Tom Riddle. Und als die meisten dann allmählich gehen, bleibt eben nur noch Tom da und befragt Slughorn über die Horcruxe. Tom möchte nämlich wissen, ob es sich lohnt, sieben Horcruxe zu schaffen und somit seine Seele sechsmal zu teilen. Genau. Und das hat Slughorn ja auch total entsetzt. Genau. Er bejahte aber quasi das, was Tom ihn gefragt hat, aber nur unter der Bedingung, dass es in dem Raum bleibt, das Gespräch, also unter den beiden, dass quasi deren Geheimnis bleibt. Irgendwie vermutet man ja auch, dass Riddle schon zu dem Zeitpunkt, als er Slughorn das fragt, eigentlich schon genau wusste, wie das zu vollziehen ist und was man dafür tun muss. Er braucht eben nochmal so eine Bestätigung. Genau, nochmal so eine Bestätigung und hat es dann eben von Slughorn eingefordert und hat ihn dann natürlich in eine merkwürdige Situation gebracht. Ja, weil er irgendwie maßgeblich schon dafür auch verantwortlich ist, dass Riddle diesen Schritt dann auch wirklich geht. Er hätte, hätte er nicht diese Sicherheit gehabt, ja vielleicht das nur bei einem Horcrux gelassen, so sind halt jetzt unglaublich viele Horcruxe dann entstanden, weil er eben weiß, es funktioniert und dieses Wissen hat er eben von Slughorn bekommen. Ja, genau. Und Horace ist natürlich auch total schockiert über diese hohe Zahl, die Riddle nennt, also er fällt da wirklich fast vom Glauben ab. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen aus dem Effekt, dass er dann da überhaupt weiter diese Unterhaltung führt, einfach aus Sympathie, die er ja für Tom Riddle hat. Weil eigentlich ist das, glaube ich, ein Thema, worüber er absolut schockiert ist und worüber er normalerweise nicht reden würde, aber so aus dem Effekt heraus, aus dieser überrumpelten Situation, ja, geht er dann trotzdem drauf ein. Obwohl es eigentlich für ihn auch der richtige Weg gewesen wäre, zu sagen so, nee, darüber reden wir nicht. Genau. Aber, ja, das schafft er hier halt einfach nicht und das ist halt wirklich so das, ja, das Schlimmste, was ihm passiert, ne? Ja, genau. Und ich habe mir auch überlegt, dass Horace an sich ja auch überhaupt gar kein Held sein will. Also er hätte ja Riddle zu diesem Zeitpunkt schon aufhalten können, aber Horace steht auch in dieser Form nicht so gerne im Mittelpunkt. Also für ihn ist es ja, also er mag das ja schon, wenn es so ein bisschen, schon ein bisschen alles geebnet ist quasi und geht da ja auch dann nicht immer den schwierigsten Weg, den es so gibt. Und deshalb ist das jetzt vielleicht auch so ein bisschen die Rechnung, die er dafür kriegt. Und es ist ja auch schon so, dass Horace schon häufig versucht, Everybody's Darling zu sein. Also das kann man schon so sagen. Er möchte ja schon bei jedem gut dastehen und vielleicht ist er wirklich nicht so der Mensch, der Leuten vor den Kopf stößt und hat auch in dieser Situation Riddle nicht vor den Kopf stoßen können, obwohl es jetzt so wichtig gewesen wäre. Ja, er lässt sich da wieder so ein bisschen einlullen und ist dann so, also eigentlich ist er total naiv, weil dann sagt er ja so, das ist ja jetzt nur eine Hypothese, so das würde ja niemals jemand machen. Aber im Grunde weiß er doch, dass das wirklich Tom Riddles Pläne sind. Was ich übrigens total krass finde, ist, dass Lackhorn ja eigentlich Professor für Zaubertränke ist, aber er ja offenbar auch ein super tiefgründiges Wissen im Bereich der dunklen Künste hat, weil sonst würde Tom Riddle ihn ja nicht danach fragen. Genau. Aber vielleicht liegt das daran, ich hatte ja am Anfang gesagt, dass er gerne Bücher liest und so, vielleicht bildet er sich auch einfach abseits seines eigentlichen Themas total gern weiter, auch wenn er es nicht praktiziert. Ja, das stimmt, ja. Ja, und vor allem nachdem Tom Riddle dann nach seiner Hogwarts-Karriere keinen der Jobangebote annimmt, die ihm nahegelegt werden und er dann plötzlich untertaucht und so niederträchtige Berufe nachgeht, da merkt Horace dann plötzlich, dass er sich sehr in ihm getäuscht hat. Also er hat sich dann auch die ganze Zeit nach dieser Unterhaltung irgendwie noch was vorgemacht und selbst wenn er irgendwie so unterbewusst so ein bisschen Distanz bewahrt hat zu Tom Riddle, hatte er doch immer die Hoffnung, dass aus ihm was Vernünftiges wird und war dann echt schockiert, dass es halt eben nicht passiert ist. Aber er hat tatsächlich, was ich ziemlich feige finde zum Beispiel, ist als Tom einen Job gesucht hat in Hogwarts, hat sich Slughorn in seinem Büro versteckt, um Tom nicht über den Weg zu laufen. Ja, weil das ist ja eine Zeit, wo Lord Voldemort auch schon mächtiger wird, da ist er ja auch schon Lord Voldemort. Diese Verknüpfung hat Slughorn ja auch erst gar nicht, er checkt ja gar nicht, dass Lord Voldemort sein ehemaliger Schüler Tom Riddle ist, aber als er das eben versteht und merkt, in was für einem Ausmaß sich Lord Voldemort eben schon bewegt, da ist er wirklich fix und fertig und da kickt eben dieses schlechte Gewissen, was er hat, diese Schuld, die er fühlt und deswegen versteckt er sich ja einfach, weil er ihm auch einfach nicht in die Augen sehen kann. Ja, genau. 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 Ja, und er ist ja auch natürlich super traurig und schockiert über das, was Lily und den Potters halt passiert ist und er trauert Lily ja, wie wir wissen, noch viele Jahre später nach. Ja, genau. 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 Ja, und diese Schuld, die er da hat, die treibt ihn dann letztendlich so weit, dass er seine eigenen Erinnerungen manipuliert, sodass er verbirgt, welche Unterhaltung er mit Tom Riddle geführt hat. Das ist also schon krass, wie sehr er sich vor der Wahrheit verschließen kann, ne? Das ist ein richtiger Meister da drin. Ja, er lügt sich ja auch selbst an damit. Ja, total. Zumal das Unterbewusstsein weiß ja trotzdem immer, was er getan hat. Ja. Nur irgendwie kann er es schaffen, dass es für ihn nicht mehr so präsent ist anscheinend. Also diese Art von Magie ist ja auch ziemlich krass. Ja, so ein bisschen so out of sight, out of mind, weil im Grunde weiß er es ja, aber er hat das Gefühl, wenn das Geheimnis niemand erfährt, dann ist er fein raus. Aber das Problem, dass dieser schlimme, böse Zauberer Horkruxer hat, das bleibt ja bestehen. Auch wenn keiner erfährt, dass er den wichtigen Hinweis gegeben hat. Machen wir mal weiter. Slughorn hat nämlich ein wunderbares Talent. Er kann sich in einen wunderschönen, flauschigen Sessel verwandeln. Und das tut er auch, weil er es mit der Angst zu tun bekommt, als er Besuch von Jaxley bekommt. Das ist ja ein Todesser. Und er geht davon aus, dass Jaxley ihn vermutlich auch zum Todesser rekrutieren möchte. Ja, er weiß es nicht so genau. Entweder das oder er hat Angst, dass es halt eben so ein Mordauftrag ist, damit auch Voldemort das Geheimnis seiner Horkruxer in Sicherheit wiegt und eben den einzigen Mitwissenden umbringen will. Ja, von dem er weiß. Mitwissenden. Aber durch diese Art, wie er das macht, mit dem Sessel bleibt er halt unentdeckt, kann er ja entkommen. Und ich finde es halt insofern spannend, weil Slughorn ja auch, also Konfrontation ist wirklich nicht so sein Ding. Also ich habe auch das Gefühl, er vertraut auch selten auf seine eigenen Fähigkeiten. Weil ich meine, Jaxley ist jetzt nicht der krasseste Todesser der Welt, von dem wir wissen. Also er ist auch einer der Älteren, die um Voldemort versammelt sind, das ist klar. Aber ich finde, man kann durchaus mal auch für sich einstehen, aber das macht er ja nicht. Also er nimmt immer diesen geebneten Weg hinten rum und also so wie es einfach ist. Ich habe mir dabei übrigens gedacht, dass Voldemort bestimmt schon längst wusste, dass sein Horkrux-Geheimnis, also dass es nicht mehr so geheim ist, wie er dachte. Ja, das Ganze spielt sich ja schon 1995 aus, ab. Eben. Das ist ja Harrys fünftes Schuljahr. Genau, und deshalb bin ich mir ganz sicher, dass Voldemort schon längst weiß, dass mehrere Leute davon wissen und deshalb Horace in dem Sinne sicher ist. Genau, das weiß nur Slakau natürlich nicht. Ja, klar. Ja, genau, weil er halt diese krasse Schuld immer mit sich führt. Also er bezieht da viel zu viel auf diesen Moment und es ist ja jetzt auch schon zu spät. Jetzt kann man es eh nicht mehr ändern. Jetzt gibt es halt diese Horkruxe. Und es ist ja auch nicht so, als würde er versuchen, die zu finden und zu zerstören, sondern auch das, er geht einfach davon aus, ich habe meine Erinnerung verändert, ich erinnere mich nicht, es ist mir egal, ich war es nicht schuld. Und das finde ich halt krass. Und dass er jetzt glaubt, dass Voldemort ihn holen kommt, finde ich halt insofern auch ein bisschen überzogen, weil Voldemort ja zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht im Fokus hat, dass er diese Horcrux auch mal ein bisschen besser beschützen sollte. Also der ist ja noch dabei, das Regime von ihm aufzubauen und im Untergrund zu agieren, gerade in Harrys fünften Jahr. Ja, wobei er natürlich Slughorn schon dazu bringen will, auf seine Seite zu kommen, nicht vielleicht unbedingt als Todesser eben, aber als Unterstützer. Ja, genau. Und ich finde es eigentlich ganz schön beachtlich, weil Slughorn ist ja zwar immer daraus bedacht, Nutzen aus seinen Connections mit anderen zu ziehen, so ein bisschen auch wie Lucius, aber er wechselt ja nicht immer gerade zur gewinnenden Seite. Also er war nie Unterstützer Voldemorts und er zieht es eben auch jetzt nicht in Betracht, weil es für ihn einfach die falsche Seite ist. Ja, bist du sicher? Ja, weil da könnte man ja auch argumentieren, naja, es könnte für ihn ja auch der leichte Weg sein, weil dann ist sein Geheimnis eh egal, ob es jetzt jemand weiß oder nicht. Wenn er auf Voldemorts Seite ist, wäre es auch egal. Dann legt Voldemort da ja keinen Wert drauf. Deswegen könnte man da sagen, naja, aber für ihn ist es auf jeden Fall falsch und er ist zwar interessiert in Macht, aber er strebt sie ja selbst nie an und folgt ihr deswegen auch nicht. Und das ist ja der Punkt, warum die meisten Todesser Todesser geworden sind, weil sie diese Macht so geil fanden und das auch wollten. Aber Slughorns Loyalität liegt woanders. Ich sage nicht, dass er ein Bekämpfer ist oder ein Widerstandskämpfer oder irgendwas um Gottes Willen, aber er interessiert sich einfach nicht für das, was Voldemort tut. Er steht dafür nicht ein und deswegen ist es für ihn auch keine Option, die Seiten zu wechseln. Ich will das auch gar nicht anzweifeln, ich bin da ganz deiner Meinung. Was ich aber meine ist, dass ich glaube, dass da auch eine ganze Menge Angst mitspielt. Ja, das sowieso klar. Und dass es nicht nur Loyalität ist oder Mut, also Mut schon mal, von Mut brauchen wir auch gar nicht reden. Das hat viel mit Angst zu tun und vor dieser, ich versuche mich so lange wie möglich vor mir selbst in Sicherheit zu wiegen. Also diese Sicherheit, die er versucht, sich selbst zu geben. Er hat kein Sicherheitsnetz bei den Todessern. Er hat da niemanden, er hat nicht in diese Richtung gearbeitet. Naja, wobei er ja auch weiß, die Lestranges und gerade Lucius Malfoy und so, das sind Todesser, die waren auch bei ihm im Slug Club. Also er hat da schon Connections zu, aber die hat er ja auch nicht gepflegt in den ganzen Jahren. War gerade, ja, genau. Aus genau dem gleichen Grund. Und klar hat er Angst. Er hat ja auch Angst vor sich selbst. Also er hat vor allem Angst. Ja, ja, eben. Aber trotzdem. Und vor Voldemort wird er mit am meisten Angst haben. Aber er spielt ja nicht mal mit dem Gedanken, sich ihm anzuschließen. Weil andere, zum Beispiel Wurmschwanz, ist auch zu Voldemort gekommen aus Angst. Also das ist ja schon ein Motiv. Also es gibt ja auch Menschen, die Angst vor Voldemort haben, aber trotzdem auf seine Seite gehen, weil sie denken, das ist die Gewinnerseite. Und das meine ich eben, das ist es bei ihm nicht. Ja, genau. Aber von da an hat Horace das Gefühl, dass er nicht mehr sicher ist und fühlt sich ganz schlecht eigentlich und reist jetzt von Muggelhaus zu Muggelhaus und versteckt sich eben so und verwischt eben auch so seine Spuren. Aber ihm ist natürlich schon klar, dass er sich nicht ewig verstecken kann und schon gar nicht vor seinem alten Kumpel Dumbledore. Nee, niemals. Dieser findet ihn ja dann, wie wir wissen, in einem Muggelhaus in Burleigh, Baberton. Das ist in Harry's sechstem Schuljahr dann. Genau. Und um Dumbledore zu täuschen, simuliert er ja diesen Kampf in diesem Muggelhaus. Das empfiehlt mir auch relativ buchnah tatsächlich. So ein richtiger Signature-Move von ihm mit dem Sessel. Ja, genau. Er zerstört innerhalb kürzester Zeit dieses ganze Muggelhaus und er hat noch so ein bisschen sein letztes teures Drachenblut verspritzt dann noch so, dass es nach einem krassen Kampf aussieht und Todesser da irgendwie ihre Hände mit im Spiel gehabt haben. Und sich selbst tarnt er jetzt wieder als Sessel und das ist ja auch, weil es sein Signature-Move ist und Dumbledore kommt und also klar, er checkt Dumbledore noch. Ja, und zwar, weil er vergessen hat, das dunkle Mal an den Himmel zu zaubern, was natürlich in einer wahren Situation der Fall wäre, wenn die Todesser ihn wirklich angegriffen hätten. Ganz genau. Und deswegen erkennt Dumbledore das natürlich sofort, genau. Genau, und Dumbledore zwingt ihn natürlich sich dann zu offenbaren und Dumbledore hat natürlich einen Plan und lässt ihn dann mit Harry alleine und Dumbledore wusste ja, wie man Slughorn ködern könnte und da ist Harry natürlich außerordentlich interessant für Slughorns Sammlung an Talenten, da Harry ja sehr viele Talente hat und sowieso. Und er ist der Auserwählte. Genau, aber auch mit Lily vielleicht ist das auch so eine nostalgische Verbindung einfach. Es ist ja auch immer so, dass Slughorn ja schon auch immer gern Lehrer gewesen ist und ich denke, dass Dumbledore das einfach dann gut ausgenutzt hat, die Situation und dass er gegangen ist eben auch. Er merkt einfach, dass das Leben in Hogwarts viel bequemer und sicherer ist als das Leben, was er gerade führt, da kann er sich überhaupt nicht ausruhen und er ist ja eigentlich eher faul. Das wäre in Hogwarts halt viel, viel besser machbar. Ganz genau. Ja, und deswegen stimmt er dann zu, wieder Lehrer zu werden. Allerdings nur mit einer Gehaltserhöhung und dass er Professor Mary Thoughts altes Büro bekommt, weil sein altes wohl zu klein für seine Ansprüche war. Er hat das Wasserklosett gehandelt. Ja, das ist nicht, das kann ich mir nicht vorstellen. Er wird überuntertrieben haben. Wahrscheinlich. Aber von da an war Slughorns Büro größer und schöner als das der anderen Lehrer. Ich weiß jetzt nicht, ob es so eingerichtet war die ganze Zeit, aber ich könnte es mir sehr gut vorstellen, dass alles so mit Smaragdgrün und so schönem Rot und goldenen Behängen dekoriert, dass das so ein bisschen wie so ein Zelt wirkt. Und zumindest bei seiner Party hängt in der Mitte eine Lampe, wo echte Feen so drumherum flattern und das finde ich irgendwie cool. Aber ich finde es auch irgendwie nicht so cool, weil immerhin sind es echte Feen. Ja, das stimmt. Ja, aber ich glaube, da nimmt er keine Rücksicht drauf auf sowas. Natürlich nicht. Ja, und dafür versteht er sich ja auch mit den Kollegen eigentlich ziemlich gut. Er arbeitet ja auch mit vielen so Hand in Hand. Natürlich nur, wenn er selbst auch einen Vorteil daraus zieht. Also wieder so eine Win-Win-Situation. So darf er sich zum Beispiel bei Sprout im Gewächshaus bedienen, bietet er dann aber eben auch seine Hilfe an beim Trauen von Tränken mit ihren Zutaten, wenn sie da was braucht. Das ist super lieb. Genau. Ja, in Harrys sechstem Schuljahr ist er dann eben wieder Lehrer für Zaubertränke in Hogwarts, was dazu führt, dass Snape Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste wird, weil sein Platz ja dann weg ist. Und Horace beweist sich als viel weniger streng als Snape, da bei ihm ja auch Schüler mit schlechteren Noten am Kurs teilnehmen können. Das ist ja überhaupt der Grund, warum Harry und Ron wieder Zaubertränke belegen dürfen. Sie dachten nämlich eigentlich, dass sie nicht mitmachen können, weil Snape eben den Anspruch so hoch gesetzt hat. Aber Harry braucht das ja, um Aura zu werden. Aber Slakorn macht ja irgendwie auch einen guten Unterricht und bevorzugt zum Beispiel auch die Slytherin-Schüler nicht so sehr, wie Snape das gemacht hat. Genau. Und sie machen natürlich auch interessante Tränke. Ja, und so ein bisschen anschaulicher. Der führt die vor, er zeigt die und das ist einfach ein bisschen interessanter als das, was Snape gemacht hat. Ach, pädagogisch habe ich ja schon mal gesagt. Pädagogisch ist er einfach besser drauf und gegen Snape, Entschuldigung. Ja, also. Genau. Naja, aber dann machen sie ja den Trank der lebenden Toten. Wer da den besten Trank der lebenden Toten erstellt, bekommt dann als Belohnung das Fläschchen Felix Felicis. Genau, und das bekommt Harry dann ja, weil er eben das Buch vom Halblutprinzen hat und es ihm dadurch natürlich besonders gut gelingt. Und er erhält dadurch auch die Anerkennung von Slakorn. Desa denkt ja dann, dass Harry das Talent von Lily geerbt hat. Ich finde das so ein bisschen schade, weil er ja eigentlich ein ganz gutes Gespür für Menschen hat. Aber in solchen Situationen lässt er sich so blenden. Wieder mal nicht. Das stimmt. Ja, du hast ja gerade schon erwähnt, er bevorzugt nicht unbedingt die Slytherins. Allerdings sind ja schon viele Slytherins auch im Slak Club. Klar hat er da irgendwie auch den meisten Draht zu oder kennt er die meisten Schüler wahrscheinlich auch. Allerdings ist Draco Marfoy nicht im Slak Club, weil sein Vater ja Todesser ist. Und damit will Slakorn nichts zu tun haben. Und das finde ich eigentlich wieder eine ganz sympathische Einstellung, weil er revolutioniert ja richtig diese Vorurteile, die man gegen Slytherins hat. Denn er scheint ja anders zu sein als die normalen Slytherins. Gerade weil er weniger Vorurteile hat und einfach eine ganz andere Einstellung hat. Und sich halt auch gegen diese Slytherins stellt. Anders als Snape, für den das ja überhaupt gar keine Rolle gespielt hat, wer aus welchen Kreisen kommt, der ja selber als Todesser galt. Finde ich schon ganz gut. Das ist hier wieder so ein gutes Vorbild als Slytherin. Das finde ich auch. Genau, mit dem Drang Felix Felicis kann Harry ja dann auch erreichen, die Erinnerung zu beschaffen, die Dumbledore unbedingt haben möchte. Also diese richtige Erinnerung von Slakorn, was da passiert ist. Ja, weil vorher die Versuche gehen ja gnadenlos schief. Und Harry verliert total seinen Status als beliebter Schüler, weil er so richtig in so ein Fettnäpfchen tritt bei Slakorn. Und Slakorn sich da natürlich auch total distanziert sich von ihm. Ja, aber weil das auch immer so offensichtlich macht. Ja, klar kann man das nicht so direkt angehen. Man muss ja mit Feingefühl rangehen. Und das verkackt Harry natürlich wieder gnadenlos. Ja, es gibt noch eine Gelegenheit, die sich Harry bietet, das Verhalten zu Slakorn dann wieder so ein bisschen zu verbessern. Weil Ron ja unter dem Liebestrank von Romilda Wayne steht und Harry Slakorn dann um Hilfe bittet. Und daraufhin wollen ja die drei mit Slakorns Med anstoßen, der ja vergiftet ist. Und Ron stirbt fast. Und ich finde es so krass, weil Slakorn ist hier so geschockt, dass er quasi bewegungsunfähig wird. Und überhaupt nichts unternimmt. Und Harry ist dann derjenige, der die Situation retten kann und Ron das Leben rettet. Und sich auch ja einfach an Slakorns Sachen bedient, wo ich mir denke, ja das ist ein Lehrer, der ist uralt, der sollte Erfahrung haben. Auch, dass mal jemand einen Trank trinkt, der vielleicht nicht so toll ist. Ich finde es schon ein bisschen traurig, dass er hier irgendwie überhaupt so handlungsunfähig wird. Ich finde das halt total unspontan und unflexibel. Und ich finde, als Lehrer muss man schon auf Schreckmomente eingestellt sein. Gerade in so unsicheren Zeiten. Ich finde, da kann man durchaus mal einen Plan B im Hinterkopf haben. Egal, ob es jetzt im Unterricht ist oder außerhalb von Hogwarts. Aber Slakorn ist da ja gar nicht so fit. Und das hat jetzt nichts mit seinem Alter zu tun. Das Traurige ist, die Lösung ist ein Besoir. Und das ist ja wohl das Erste, was alle wissen. Er hat ja auch mehrere da liegen, weil das eben das Mittel gegen die meisten Gifte ist. Und dann denke ich mir so, naja, wenn die Lösung so leicht ist darauf, musst du doch kommen. Das ist ja quasi so, als würde ein Rettungssanitäter nicht wissen, dass diese stabile Seitenlage Leben retten kann. Also ich meine, das musst du wissen. Das ist dein Metier. Also es kann ja überhaupt nicht sein, dass er da echt nicht handelt. Und ja, wissen tut er es schon, aber er ist so geschockt. Er hat ja dann auch total krasse Schuldgefühle danach, sodass er Ron sogar im Krankenflügel besucht. Das finde ich jetzt ja irgendwie, weiß ich nicht. Ist ja auch nur, um sich selbst zu beruhigen. Aber danach nennt er ihn trotzdem mit falschem Namen. Also es bringt ja gar nichts. Also das finde ich irgendwie auch nicht so spannend. Ich habe noch eine Information und zwar lässt er ab diesem Zeitpunkt von dem vergifteten Met Hauselfen immer seine Getränke vorkosten. Ja, das haben wir ja schon bei Dobbys Folge genannt und ich finde es unmöglich, weil erstens riskiert er ja das Leben dieser Hauselfen. Also es ist ja besser, wenn die dann vergiftet werden als er. Aber andererseits frage ich mich hier auch schon wieder, das haben wir bei Dobbys Folge ja schon gesagt, warum gehorchen die ihm denn? Ja, aber warum kann er als Zaubertrankmeister und durchaus fähiger Zauberer nicht mit entweder dem Zauberstab oder einem anderen Trank, einen vergifteten Trank erkennen? Ja, das kann ja nicht so schwer sein, da was zu brauen, was dir anzeigt, mit einer Farbe. Das gibt es ja jetzt in der Muggelwelt schon, ja. Oder mit einer Farbe oder, keine Ahnung, mit einem Puffen oder so oder wenn du mit einem bestimmten Zauberspruch auf das vermeintlich vergiftete Getränk zeigst, dass da irgendwie was passiert, wo du weißt, okay. Das ist zu viel Aufwand. Wie viel Aufwand ist das denn? Ja, dann müsste er jedes Mal so einen Trank bauen oder jedes Mal so einen Zauber. Wenn er einfach so einen Hauselfen herruft, das ist ihm ja egal offenbar. Ja, aber er ist doch vielleicht auch mal irgendwo, wo kein Hauself ist. Was macht er dann? Trinkt er dann nichts? Ist doch ein Genießer. Nee, ich glaube, da geht es nur um die Getränke, die er quasi von außerhalb bekommt. Was er so zugeschickt bekommt oder geschenkt bekommt oder sowas. Ich glaube, jetzt wenn er da in der großen Halle beim Frühstück seinen Kürbissaft trinkt, dann trinkt das keiner vor. Na gut. Ja, aber durch eben dieses gewonnene Felix Felizes erhält Harry dann doch die perfekte Gelegenheit. Und er beschließt an diesem Tag, wo er das nimmt, runter zur Hagrid's Hütte zu gehen, wo dieser Aragog beerdigen möchte. Und da trifft er Slughorn, der ihn dann begleitet, weil eigentlich sollen die Schüler ja nicht mehr um die Uhrzeit Hogwarts Schloss verlassen. Ja, und da bietet sich für Slughorn natürlich die Chance, das Gift von Aragog abzuzapfen, was ja offenbar sehr kostbar und wertvoll ist. Und Harry schafft es dann auch durch Slughorns Zuneigung zu Lily und diesem schlechten Gewissen, eben die echte Erinnerung von Horace zu erhalten. Und Alkohol. Ja klar, der sowieso. Die singen ganz viele Lieder über tolle Zauberer Hagrid und Horace. Das ist ein ganz unangenehmer Augenblick eigentlich. Das finde ich eh so lustig, weil eigentlich haben die ja nichts miteinander zu tun, aber in dem Moment sind sie plötzlich voll close. Also Horace hält ja so eine Rede an Aragogs Grab und das ist sehr offene Worte und das würde bei jeder Beerdigung funktionieren. Und Hagrid ist halt auch einfach mega gerührt und heult da und dann stützt Horace ihn noch so und sagt, komm, wir gehen jetzt einen trinken. Ich habe es von den Elfen vorkosten lassen und bringt, glaube ich, Elfenwein mit oder so, den sie dann da in sich reinkippen. Und dann singen sie halt diese Lieder so ganz rührselig und den Tränen nach. Und genau, Slughorn übergibt diese Erinnerung, Harry ja auch, unter Tränen. Also ich meine klar, da wird auch der Alkohol seinen Teil dazu getan haben, aber natürlich ist das ja auch, er offenbart Harry da ja wirklich das Schlimmste, was ihm bis zu dem, also sein Leben eigentlich, was ihm da hätte passieren können. Also dieses Geheimnis wird aufgedeckt. Er geht da ja einen riesigen Schritt, dass er sich nach all diesen Jahren endlich wagt, das Preis zu geben. Genau. Wovon er sich ja geschworen hat, das wird niemals jemand erfahren. Das Traurige ist, er wird sich wahrscheinlich daran nicht mehr erinnern, weil am nächsten Tag wird er so fix und fertig sein nach dieser alkohol-exzessiven Party, dass er das einfach nicht mehr weiß. Ganz genau. Dass er sowas Gutes endlich dann doch getan hat und sein Gewissen dann ja auch vielleicht ein bisschen reiner sein kann, weil er sich endlich von der Seele geredet hat. Das ist vielleicht auch der Preis, den er dafür bezahlen muss, dass er es so lange zurückgehalten hat. Das stimmt. Ich meine, es kann nicht immer alles ein Happy End haben und dann finde ich, hat er es einfach vorher schon verkackt. Warum sollte ihm jetzt diese Genugtuung zuteil werden? Ja, am Ende des Schuljahres wird Dumbledore von Snape getötet und auch das überrascht Slughorn ja total, weil er ja eigentlich annimmt, er hätte Snape gekannt. Die kennen sich ja auch schon aus Slug-Club-Zeiten. Und ja, nicht nur ein bevorzugter Schüler von Slughorn, sondern eben auch ein Kollege. Genau, und er glaubt ja auch daran, dass Eltern ihre Kinder eigentlich lieber nicht mehr nach Hogwarts schicken sollten, dass es einfach ein Sicherheitsproblem hat. Und trotzdem wird Horace dann ja später, nachdem Snape als Schulleiter eingesetzt wird, zum Slytherin-House-Lehrer. Also er bleibt in Hogwarts und dort beweist er das erste Mal Mut, was ich auch so unterschreiben würde, weil er hat ein Auge auf die Schüler, also dass sie nicht zu sehr von den Carrows terrorisiert werden. Aber er erfährt ja jetzt auch tatsächlich, dass es immer Voldemorts Absicht war, dass er Slughorn in Hogwarts einsetzt, damit er nur Rheinblüter unterrichtet, so wie Voldemort es eben gerne hätte. Also hat nicht nur Slughorn Tom total falsch eingeschätzt, sondern ja auch andersrum. Weil das geht Slughorn ja eigentlich total gegen den Strich und er hat ja eben nicht diese Vorurteile Murgelgeborenen gegenüber. Und er schaut ja eigentlich auch nicht nach dem Blutstatus, sondern immer zuerst auf das Talent. Und er würde es kategorisch ja eigentlich ausschließen, alle Murgelgeborenen aus Hogwarts zu verbannen, weil er ja alleine schon zwei Talente kennt, die ihm sonst ja verloren gegangen wären. Lilly und Hermine zum Beispiel oder ja auch Dirk Cresswell. Also im Grunde hat Tom Riddle ja auch Slughorn komplett falsch eingeschätzt. Ist ja auch interessant, weil man ja eigentlich, wenn man so überlegt, wie Riddle sich am Anfang an Slughorn rangeschleimt hat, dass er wirklich dachte, ich kontrolliere diesen Mann. Und am Ende stellt sich heraus, eigentlich haben die beiden so ein bisschen aneinander her gearbeitet. Ja und man denkt auch eigentlich von Tom Riddle oder von Lord Voldemort, dass er eine gute Menschenkenntnis hat und Menschen gut lesen und einschätzen kann. Aber das klappt ja hier offenbar überhaupt nicht. Da spielen ja diese Vorurteile oder also in Tom Riddles Sicht sind es ja keine Vorurteile, sondern einfach er geht davon aus, dass alle Slytherins so sind und eben auch Slughorn. Aber so ist es halt eben nicht. In der Schlacht von Hogwarts hilft er dann allerdings auch mit. Erst glauben alle, dass Slughorn flieht mit den anderen, die das Schloss verlassen, weil er einfach feige ist. Aber das täuscht, denn er war in Hogsmeade und hat da eine Vielzahl von Bewohnern mitgebracht. Also zum Beispiel Ladenbesitzer und Leute, die aus Hogwarts geflohen sind, aber doch zurückkommen möchten, um gegen Lord Voldemort zu kämpfen. Und das ist wieder ein mutiger und kluger Moment von Horace. Jetzt ist er schon so alt und es ist schon so viel passiert. Er hätte ja auch bei den Slytherin-Schülern bleiben können, die gegangen sind und hätte nicht für Hogwarts kämpfen müssen. Aber jetzt steht er an der Seite für Hogwarts. Ich finde das total schlimm, weil das ist genau das, was Minerva ja von ihm denkt. Sie geht ja davon aus, Slughorn würde einfach mit den anderen Slytherins für Voldemort entweder Partei ergreifen oder halt fliehen. Und das schockiert ihn ja auch total. Und ich glaube, es ist ja vielleicht auch so ein bisschen so, dass er sagt, nö, jetzt beweise ich es denen, weil das ist ja überhaupt nicht seine Art. Und er hat halt auch mit diesen Slytherin-Vorurteilen ganz schön zu kämpfen. Und das finde ich auch nicht gerecht von Minerva hier. Ich verstehe es aber vielleicht unter dem Aspekt, dass halt jetzt, also gerade auf der Seite der Todesser stehen ja eigentlich nur noch Slytherins. Und wenn du so unter Strom stehst, Dumbledore ist weg. Also ich weiß nicht, ob man Minerva da jetzt so einen krassen Vorwurf macht. Naja, aber eigentlich haben wir doch gerade selber gesagt, im Laufe des Schuljahres hat er doch bewiesen, dass er sich gegen Snape und gegen die Carols gewandt hat. Ja, total. Ich glaube, das sind einfach wirklich diese Vorurteile. Und das finde ich fies, weil Slughorn hat sich eigentlich schon bewiesen. Und ich finde auch schon vorher, weil er ist ja richtig aus sich herausgewachsen, weil als Minerva kurze Zeit vorher nämlich schon gegen Snape kämpft, da kommt er ihr sofort zu Hilfe und duelliert sich dann gemeinsam mit Flitwick und eben McGonagall gegen Snape, um ihn zur Flucht zu zwingen. Und das, obwohl er noch seinen Schlafanzug anhat. Der ist Maragdugun, wohlgemerkt. Ja, und ich finde, spätestens bei dem Zeitpunkt müsste Minerva eigentlich was Besseres von ihm halten. Aber sie hat genau die gleichen Vorurteile für die Slytherins wie die Slytherins gegen sie und die Gryffindors. Ja, und das ist halt irgendwie auch nicht besser. Nein, ist es auch nicht. Naja, aber während der Schlacht kämpft er dann ja noch mit McGonagall und Kingsley direkt gegen Voldemort und beweist da auch, dass er ein fabelhafter Duellant war. Ich glaube, dass er da nochmal so ein bisschen extra Motivation hat, weil er ja auch dieses schlechte Gewissen nicht mehr hat. Ja, er will auch vielleicht das wirklich dann richtig machen, was er halt falsch gemacht hat, ne? Deshalb, dass er jetzt zum dritten Mal in dieser kurzen Zeit Mut beweist. Und das finde ich schön als quasi Abschluss für ihn. Ich finde es auch nochmal erwähnenswert, weil er beweist hier auch einfach mal, was für ein guter Zauberer und Duellant er ist. Und das ist ja etwas, was wir vorher noch gar nicht so richtig gesehen haben, weil klar, ein Zaubertrankmeister, der hantiert ja nicht unglaublich viel mit seinem Zauberstab herum. Und Dumbledore und Lucius haben es zwar schon vor Harry quasi zugegeben oder wir als Leser wissen das, dass sie viel von Horace gehalten haben. Aber bisher hat man das ja aktiv noch gar nicht so richtig mitbekommen. Einfach auch diese Tatsache, dass er als einer der Letzten gegen Voldemort gekämpft hat und dabei ungeschoren davon kommt. Ich finde, das beweist schon unglaublich viel. Das finde ich auch. Dann ist die Schlacht auch rum. Genau. Und man sieht am Ende Professor Sprout, Horace und Flitwig zusammensitzen. Und Horace erzählt ihnen die Geschichte, wie er dachte, er hätte während der Schlacht seinen Zauberstab verloren. Aber es stellte sich nur heraus, er hatte sich in seinem Umhang verfangen. Ja, genau. Das ist auch wieder so ein legendär, so ein richtig schöner Slughorn-Spruch nochmal schön am Ende. Einfach auch nochmal vielleicht um die Stimmung zu heben. Einfach damit er auch nochmal was zu erzählen hat. Ich könnte mir vorstellen, dass er es aber auch so ganz trocken wegerzählt hat, weißt du, so ohne Emotionen. Und er ist halt so dick und dann hat er den halt einfach im Umhang nicht mehr wiedergefunden. Das ist auch echt geil. Ja. Aber nach der Schlacht von Horace bleibt er ja auch immer noch leerer. Ja, und ich finde es echt cool, weil irgendwie sein Mut und sein starker Wille für das Gute zu kämpfen am Ende, das verbessert ja auch deutlich den Ruf der Slytherins. Und mit ihm als Hauslehrer erfahren die Slytherin-Schüler ja auch eine viel bessere Erziehung. Also die haben jetzt ja auch ein viel besseres Vorbild, an das sie sich halten kann. Auch gerade für die Slytherins, die das zu Hause vielleicht nicht so erleben. Ich meine, so ein Draco zum Beispiel, der bekommt zu Hause nur Bullshit ins Ohr. Von Snape wird es auch nicht besser. Weißt du, so ein Slughorn, der könnte solche Kinder ja auch mal in die richtige Richtung weisen. Und ich muss, weil ich ja auch Slytherin bin, ich muss es einfach immer wieder betonen, nicht alle Slytherins sind schlecht. Und genau sowas hat den Slytherins halt die ganzen Jahre gefehlt. Ich denke nämlich auch, denn nur wenn man Ambitionen hat, wie jetzt auch Horace das hat, gerade wenn du so krasse Ideale hast wie Todesser, das ist ja bei Slughorn überhaupt nicht vorhanden und auch bei vielen anderen Slytherin-Schülern. Die sind ja nicht durch die Bank weg von diesen krassen Idealen befallen. Das ist totaler Quatsch. Und letztlich sagt ja auch Sirius, dass es nicht nur Schwarz und Weiß gibt. Und ich finde, Sirius hat mit vielen Dingen nicht so viel Recht, aber damit schon. Es gibt eben Schattierungen. Ja, das sagt Slughorn ja quasi auch selber. Ja, genau. Die Gryffindors haben auch schwierige Leute unter ihren Reihen. Auf jeden Fall. Jedes Haus hat schwierige Leute. Haffelpuff nicht. Hä? Zacharias Smith? Oh true, oh nein. Hallo? I'm sorry, Amber. Den habe ich vergessen. Naja, ich finde es eigentlich ganz süß, weil als er dann später endgültig in den Ruhestand geht, wird ihm zu Ehren im Slytherin-Gemeinschaftsraum ein Porträt aufgehangen. Das finde ich passend, weil er repräsentiert ja auch einfach die besten Eigenschaften von Slytherin. Eben dieser Ehrgeiz. Das stimmt, ja. Die Kameradschaft, die Menschenkenntnis, diese Gerissenheit, aber in einer strategischen, kalkulierten Art und Weise und nicht so böse. Ich finde, es ist das beste Beispiel, dass ja alle denken, dass er wie ein Feigling abgehauen ist während der Schlacht, aber dabei holt er nur Verstärkung. Also er macht quasi das Gegenteil. Ganz genau. Und er ist vielleicht nicht der sympathischste Charakter der Wizarding World, das will ich auch gar nicht behaupten, aber er hat das Bild auf die Slytherins revolutioniert, gerade in den Augen uns Leser, die ja nur Harrys Sicht kennen, die ja auch sehr eingeschränkt ist. Und ich finde, daher ist er super wichtig und ein bewundernswerter Charakter in dieser Welt. Und außerdem macht jeder Fehler und das Wichtigste ist ja, und das ist ja auch wirklich lobenswert an ihm, er zeigt ja die Reue und er lebt immer mit dieser Schuld. Ganz genau. Wobei ich finde, dass man, dass er damit auch hätte locker anders umgehen können, zumal er ja mächtige Freunde hat wie da ein Bild. Ja, also ich meine, es gäbe Lösungen. Sein Umgang damit war nicht richtig, nein, das stimmt. Aber er ist ja auch nicht der Einzige in dieser Welt, der einfach mit Schuld lebt, anstatt es ordentlich zu verarbeiten. Und deshalb ist es auch einfach okay so. Und ich finde es schön, dass du so viel Partei für die Slytherins ergreifst. Das habe ich so, tatsächlich so emotional, wie du das jetzt gemacht hast, noch nirgendwo anders irgendwie gehört. Nämlich, ich meine, das ist jetzt eine Ausnahme. Wenn wir zu anderen Slytherins kommen, wird das auch anders aussehen. Aber ich finde bei ihm es halt einfach besonders wichtig. Ja, ich finde das sehr erwähnenswert und ich finde es gut, dass du das so ausführlich gemacht hast. Weil das darf man auch für unsere Hörer bestimmt sehr interessant ist, dieser Blickwinkel. Vor allem dieses Revolutionär, dieses Wort, das fand ich so gut, dass du das benutzt hast. Props an dich, wirklich, muss ich mir jetzt mal sagen. Ich finde das super. Ja, weil ich finde es immer so traurig, weil ich mir immer denke, wenn ich das irgendwo erzähle, manchmal schäme ich mich selber dafür, eine Slytherin zu sein. Nicht dein Ernst? Ja, aber weil die Leute einen direkt judgen und sagen, öh, was und so, voll schlimm. Und ich denke mir so, Leute, chillt mal. Ja, das stimmt. Ich finde das gut. Das finde ich halt schlimm. Deswegen finde ich solche Charaktere so wichtig. Ja, ich finde das auch, das kann man jetzt vielleicht bei, hier passt das am besten. Ich finde das total toll, dass J.K. diese Charakter so tiefgründig gemacht hat. Ich meine, er ist jetzt, ich meine, er kommt jetzt nicht so häufig vor. Eigentlich nur im sechsten Band so richtig und mal kurz im siebten. Und trotzdem ist er so vielschichtig. Es gibt nicht immer nur einen Guten und einen Bösen. Das stimmt. Er hat Vorzüge, die du gut findest. Und dann hat er aber auch diese Schwächen, wo du denkst, das ist auch schon ein bisschen schwierig. Aber ich finde das einfach toll, weil so funktioniert das echte Leben. Niemand ist perfekt. Genau. Es ist menschlich. Daran kann jeder wachsen. Und ich meine, es vermittelt natürlich auch was ganz Wichtiges. Und zwar, wenn du einen Fehler gemacht hast, steh dafür gerade, versuch es zu verbessern und versuch es nicht zu verstecken, weil die Wahrheit kommt ans Licht. Tut sie immer. Also in den allermeisten Fällen. Und es wird schlimmer, je länger man wartet. Das stimmt. Wir haben unglaublich viel gelernt, glaube ich, in dieser Folge und wir hoffen natürlich ihr auch. Ja, ganz genau. Und dann hoffen wir, dass wir uns auch nächste Woche Mittwoch wieder hören. Genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss.